So, jetzt. Hit mich mal. Ja? Hit mich. Och wie süß. Och wie süß. Was? Ich hab so viele Herzen, du killst mich. Oh je. Okay. Hallo ihr Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lucky Blocks Battle mit dem Max mal wieder heute. Hi. Und wir spielen mit 32 Troll und 32 Night Lucky Blocks. Ich würde sagen wir fangen auch sofort an und starten. Sofort fangen wir abbauen. Oh mein Gott. Geil. Giant. Oh. Oh, du hast schon verloren. So, jetzt haben wir's. So, jetzt geht's nach Startproblemen wieder weiter. Heieieiei. Jaieieieiei. Eiieieiei. Time set 0. Leckt das? Ja, es leckt. Warte, ich mach den Code. Oh mein Gott, hier regnet's scheiße. Ja, deshalb bestimmt. Die kann man essen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Sonst wär das aber abgekackt. So, ich hab nen Helm, den nicen. Der ist aber nicht so nice, wie ich dachte. Voll Potion. Fuck. Noch nen Helm. Das leckt. Oh, Enderperlen. Nö, bei mir leckt das nicht, bei mir ist alles gut. Kannste nochmal den Code machen, ich komm hier nicht raus. Weil da ein Zombie ist. Dankeschön. Oh mein Gott. Nur Scheiß drin, ne? Ich hab schon eine Sache mit der ich mega ficke. Ja? Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich verloren hab. Hey. Ich glaube nicht, dass ich verloren hab. Doch, doch, doch. Ich hab nämlich was, dagegen kommt keiner an. Ich? Ich glaub ich schon. Ich komm dagegen an. Ja? Werden wir sehen. Oh, es regnet irgendwas. Creeper, okay. Weil, als ich, äh, vorhin, äh, als du vorhin das hattest, ist auch keiner. Alter, was ist hier? Okay, halbe Metze. Ah, ich glaub ich weiß, was du hast. Ja, ja. Was? Als Pizza, ne? Ja, ja. Oh, warte, ich muss nochmal Code machen. Na, na, ja, jetzt kannst du. Kann ich? Ja, wieder dieser komische Spasti da. Alter. Ich muss erstmal mein ganzes Zeug hier loswerden. Ouch, respawn. Kacke gerade. Ist die Scheiße bei dir? Hä? Dieses Feuerwerk? Ja, ja. Oh, fuck. Aber das, das stresst dann schon, ne? Ich mach das eben weg. Junge, Junge, komm. Das ist eben weg. Ich hänge fest. Ich spawne. Was ist denn da gespawnt, ey? So. Null. Oh. Fuck. Oh. Oh, nice. Oh, nice. Hä? Ich weiß gar nicht, ob du eine Chance hast. Ich check grad nicht, was hier abgeht, Mann. Oh, Sparky. Hi Sparky. Hi Sparky. Ich komm hier nicht raus. So, warte. So, warte. Time set null. Ah, es laggt auch. Oh mein Gott, ich weiß, wieso es laggt. Tausend Silberfische. Ich muss den Code öfter machen. Platzier mal nix. Ja, mach. So. Die sind alle weg. Okay, easy. Ich verstehe nicht, warum ich hier nicht rauskomme, Mann. Ich hänge hier fest in so einer unsichtbaren... Ja, geh game out. Geh game out. Da musst du dich rausbauen. Da musst du dich rausbauen. Ja. Muss man, eigentlich. Ah, ist nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Oh 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 oh. Kill. Kill kill kill. Kill kill kill. Oh, fliegende Schweine. Was ist hier nur los mit dem Scheiss? Aber wir sind hier doch nicht in no gravity. so jetzt geht es weiter jetzt geht es weiter oh der ist cool aber ich habe mein gott das giant giant das acht minuten slow in das wort die giant den giant kannst du auch töten oder nicht einfach weg der macht nix lässt sich in ruhe jetzt müsste ich aber den kotler machen aber ja ja kannst du kannst du kannst du da so viele wölfe ich da bekommen spicy chicken weiß die chicken ja und der daraus steht auf die dicke oh mein gott ja ich sehe es jetzt bekommen ich weiß nicht was legt kann ich code machen ja mal und neu oder ja dies wollen wir neu ich muss noch da machen da kann ich aufhören ich kann aufhören so aber time set 0 und dreck aber nein 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 wasser wasser du musst noch mal machen ja ich muss kaut öfter machen das kommt jetzt überall wieder wasser richtig oft machen ja ich mach den ja schon dich spawnen immer wieder what the fuck sind alle weg ja ne ja überall wieder wasser spaß nicht was ist denn das mann was ist das ich krieg keine rüstung ne bullshit so ich sortiere mir mein inventar was ist das denn 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 ist irgendwie wieder warum kommen aus meinem blöck nix raus manchen kommt nix raus ne so wie bei dir Junge ich wäre ready wie ist das mann was mit dir chill ich hab einfach nichts mann ich hab nichts bekommen nichts nichts ja du hast gesagt ich hab verloren ja chill einfach ich hab keinerlei was greift mich da an mann das ist doch die meta inventar dann können wir machen wir machen wir noch die mobs weg und so dann machen wir dann fangen wir an ne was greift mich da an hör auf mich anzugreifen du unsichtbarer spaß wie soll ich dich angreifen guck ich bin hier hinten wer greift mich dann an keine ahnung verschaffst du irgendeinen effekt oder so ne ich bin es nicht 100 pro bist es du mann wie soll ich das bitte schon machen wenn es dir viel damage macht bin ich es wenn es dir wenig macht bin ich es nicht ja ja du trollst mich doch hart grad ja ja ich troll dich wie soll ich dich denn troll oh mein gott hä oh mein gott was oh mein gott ich weiß nicht warum ich unwelking warum krieg ich damage wieso krieg ich damage uuuuuh uuuuuh egal juckt mich ok ok wir anfangen ja ok dann 3 2 1 los ah fuck holy shit hä ich fiel zu schnell wer ich ich auch ich seh nichts mehr wo bist du mann ok warte 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 ich seh überhaupt nichts mehr nicht mehr was ist das der effekt ist vorbei fuck Alter ich Wie lange hält dieser Scheiß-Effekt? Ah, noch zwei Sekunden. Können wir weitermachen? Ja, chill. Mach einfach. Was? Ich hab keine Chance gegen die schwarze Pizza drin, ne? Ich hab doch gesagt, du hast verloren. Ja, guck mal, gegen die Pizza hat man halt wirklich null Chance. Gibt mir einen guten Effekt, bitte. Lol. Was hast du... Wieso hältst du jetzt durch? Ich hab irgendwas Intus, was mich das Leben rettet. Was hast du getan? Ey, jetzt ist es ausgeglichen, was geht's hier ab, man? Was? Mach ich überhaupt Damage? Was ist los mit dir? Holy shit. Kriegst du Damage? Hä, nö. Ich auch nicht. Was? Ich steh in Lava und krieg kein Damage. Hä? Wo bin ich hin? Ich seh wieder nix, Mann. Ja, ich auch nix. Fuck. Das bin ich ja viel zu schnell. Okay, warte, ich bleib einfach stehen, komm zu mir. Ja, ich seh nix. Ja, ich seh nix. Ich bin zu schnell. Ich bin irgendwo neben so einem Baum im Wasser. Ja, wow. Oh fuck, ey. Ohne Scheiß, Mann. Das ist nicht normal. Alles verschwommen. Warte, ich hab den Namen gesehen. Okay. Ja, ich bin schon wieder ganz woanders. Ich bin einmal kurz antippen und ich bin komplett woanders. Ja, ja, ich auch. Alter, was ist hier los? Okay, Blindness hält 20 Sekunden, Mann. Bei mir hält's 51 Sekunden. Scheiße. Find ich schon, ich find dich schon. Hab ich noch irgendwas? Ich glaub, es ist nur noch gesneakt. Oh mein Gott, gesneakt bin ich auch noch voll schnell. Alter, was ist das, Mann? Wir sind einfach viel zu schnell. Mein Gott. Okay, noch vier Sekunden, dann seh ich wieder. Hey, what the fuck geht der ab? Okay. Okay. So schnell, tut mir leid. Du bist... Hä? Aber im Wasser bist du dann überhaupt nicht schnell, ne? Dann bist du übelst langsam. What the fuck. Ey, ich bin rechts neben dir. Ja? Ey, links mein ich. Jetzt hinter dir. Komm her. Was machst du da eigentlich? Ich bewege dich. Ich suche dich. Wobei... Oh! Nein! Ey, die Pizza, wenn man die hat, das ist... Da brauchst du gar kein Schwert, Mann. Warte mal kurz, warte, warte. Lass mich mal hochhalten. Ich halte mich grad komplett hoch. Lass mal gucken, ob ich dann gegen dich die Chance hätte. Du hast schon gewonnen. Ja. Aber... Also extrem verzockt der Gewinner. Aber... Ja, ja, warte, 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 warte. Das ist voll schwer. Das ist so nice. Voll lang. So, jetzt. Hit mich mal. Ja? Hit mich. Och wie süß. Och wie süß. Wat? Ich hab so viele Herzen, du killst mich. Okay, also Leute. Ich hab mega viel Spaß bei der Folge. Ja, zeig es mir nach oben. Nice Kommentar. In die Kommentare schreiben. Wir sehen uns. Bis dann und tschüss. Tschüss. Und jetzt musst du 누구 mir machen cursed. Tschüss. Jες Study. Ja, das nicht. Was, ich bin schon mal dran Brasilien? Ich bin schon sehr glücklich.